Die Fotografie in fünf Jahren sieht, glaube ich, ungefähr so aus, noch viel, viel stärker. Fotografieren wird smarter, mehr künstliche Intelligenz und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Möglichkeiten solche Geräte schon bieten. Nichtsdestotrotz, die großen Kameras haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber die Zukunft geht ganz klar dahin. Die Fotografie in fünf Jahren sieht, glaube ich, aus dem